Das Leben ist nicht immer einfach, doch das wissen die Tiere ja auch. Dauernd muss man sich entscheiden, wenn es nicht letztendlich rauskommt. Auf dem Weg von einer Kreuzung zu der nächsten ist ein Gruss. Soll man links gehen, soll man rechts gehen oder das letzte Mängd geradeaus? Geh, ver-däli, hast du denkt, weil ich so viele Sachen könnte ich machen. Doch für eine ganz alleine musst du das Leiden entscheiden und die anderen, ja, die wandern auf den Haufen und ersaufen in unerfüllten Träumen. Ich zum Beispiel habe vor Jahren mich verliebt, das ist so, doch nicht in eine Frau alleine, sondern gerade auf das Mal in zwei. Mir hat das zwar noch so passt, ich bin eine offene Natur, aber beide haben schliesslich gefunden, es geht nicht weiter so auf die Uhr. Geh, ver-däli, hast du denkt, weil ich liebst zwar beide, doch entscheiden musst du für eine dich alleine. Und die zweite, die dich freut, kann kein Wappen bei der Palte sein, ein Zeiter und ein Geiter als unerfüllten Träumen.